Mario Kart 64 Wie früher Mal wieder Mal wieder Boom 2 auf einmal eigentlich Heute ohne Niko Ohne Moritz Der wollte auch nicht Verstand, der ist ja Nummer 1 hier Der ist ja richtig schlecht Ich war 1, weil ich nicht mehr weiß Und Raimann ist dabei Yo, ich bin nochmal da Der hat gebattelt, der wollte mal Gebattelt Ja, Sauber, Junge Nein, ey Wir haben ihm unsere erlesene Mario Kart Runde aufgenommen Yo Ich kann nicht Bremsen Das ist ja ein Bowser 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 Ja Ja Oh Also mein Ziel habe ich jetzt erreicht Mein Ziel habe ich jetzt erreicht Der lag hat sich gesetzt Der lag, es gab gar kein lag Der ist wieder einer, der nicht bremsen kann Ey, wie hast du dich da versteckt Oh 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 Was für den Ende, ey Wann macht der Knecht denn Oh Das war knapp, ey Für dich, ey Für dich Hä Was er redet, ey Here we go Ja, wir nehmen erstmal Mario Kart auf Das liegt einfach daran Wir wollten eigentlich mal eine Party aufnehmen Was daran liegt, weil Hayes hat kein Internet Und dann müssen wir einfach mal gucken Wie will er passen Ey Wie schieß ich noch Ey Ey Hayes auch noch erwischt Jetzt wird's bombastisch Jetzt, ich gegen Hayes, ey Hold ihn Schieß, ey, schieß Oh shit, ey Ey, hol ihn dir, hol ihn dir Goodbye Gib ihn Gib ihn Warum wuschst du langsam Ey Nein, oh Ey What the fuck Hab ich nur mal Glück gehabt Ey, was will er denn jetzt Das ist Maulwurf Man muss doch mal antäuschen Ey, Hühnchen Na, ey Ich muss doch mal antäuschen, ne Ey, wo ist er? Ey Nein, du Nein Oh Ey Gott, ich kann nicht bremsen Spannung pur hier Nein Und ich muss doch nicht mehr mehr was machen Nein Nein Rabe es aus Er hat versagt Ey, ich hab doch nichts gemacht Wohl Mose 2 Der ist ja ein großes Hündchen von dir Nein, Quatsch Nein, Quatsch Super will ich ja einfach gekonnt an den Dingern vorbeifahren Ich auch Mach dir nichts draus Absicht Man muss sich aber erstmal wieder umgewöhnen Wenn man so viel Mario Kart Wii gespielt hat Ja Verschwinde doch du Verschwinde du Affe Okay, ich hab jetzt schon mal Ach, Shit Da war doch irgendwie ne Banane, ne? Scheiße So, jetzt Okay, ich misch Geh, geh wie ne Banane Ach, ey Aus Hast du deine Steuerung eigentlich eingestellt? Ja Ja, nein Ja Ja Spielts grad mit Maus, oder was? Nee, wieder mit Touchpad Wie bei Chivalry damals Wieder schön mit Touchpad spielen, ey Mit Touchpad, ey Mit Touchpad vom Laptop, ey Richtig hardcore Da haben wir drüber nachgedacht Moment mal, das könnte man auch anders machen, oder? Äh Äh War da was? Oh Mann, ey Stefan Oh fuck, ey Hilfe Wer hat da die Bananen versteckt? Grüne Soße Glück gehabt Mist Könnte mal einer die grünen Panzer da weglegen Au 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 Was mein Stern ist einfach weg, wenn ich runterfalle? Ja Nein Das war Fallfisk damals, ey So wie früher, ey Mh Ey, wer hat mich denn da noch erwischt? Oh nein 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 Boah, heiss, ey Motherfucker Meub Wo ist der Weed? Wo ist der Weed? Ich schäge erstmal den Spielsammchen. Nee, nee, nee. Beide mit dem Stern unterwegs. Stefane, eiskalt! Eiskalt, man! Stone Cold! Was ist denn? Oh, da wollte ich gar nicht langen, aber egal. Wow! Stefan, ich krieg die. Da bringt ihr auch hier sehr viel mit dem Power Slides zu boosten. Hey, hey, hey! Nein, Banane! Also alle drei Treffer waren... Wir leben am Limit. Nein! Oh, drei! Ey, drei! Ich bin in meine Box gefahren noch, oder wie? Ich weiß es nicht. Sie hab ich extra verschont, hab ich das geschehen. Ab und Dreck. Ein bisschen leiser noch gemacht hier. Oh, oh! Ich weiß wieder, wie der... äh, tolle Start geht. Im Battle ist er auch richtig sinnvoll. Ja, richtig. Genau wie das... äh, ich sag ja... Driften mit... Power Boost. Bringts hoch! Doch, Alter, der... der ist schon... wenn einer einfach auf dich zufährt, ey, und du ihn wegrammst, dann verliert der sofort einen Ballon. Ja, das... Ja, wär glücklich damit, ey. Wär glücklich mit dem Psy-Style, ey! Weißt du, hab ich dir noch gegeben. Ich dachte so lustig-lustig. Ja. Ey! Mann! Ich hab gedacht, ey, lustig-lustig, aber war dann doch nicht so. Dann war Ende im Gelände. Wollen wir schon mal Mario Kart 64 zu spielen? Mhm. Und so lange ist es gar nicht her bei Hazel. Da wieder... Was für Konsole, ey! Jo! Stimmt. Stimmt, da ist er doch immer schön. Stimmt, haben wir ja vor kurzem noch gespielt. Ja, richtig. Da wollte wieder so... Boah, verschwinde! Nein! Ich f*** dich bei Hause. Okay, dann. Wie ist... Oh! Junge, was willst du denn? Junge. Wer will sie holen? Nein! Boah! Wie es eskaliert! Ey, ich hol mir jetzt... Nix da! Ey, ich hol mir jetzt... Nix da! Ey, ich hol mir jetzt... Ich hol mir jetzt... Ey, ich hol mir jetzt... Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Ey, Rabe, du musst ihn töten! Ich? Ne, ich bin alt! Ich bin selber schon fast da, da wo ihr jetzt sagt, wo ich ihn hinschicken soll. Ey, ist das nicht mehr so einfach! Ich muss ihn töten, los! Los! Was ist er denn? Ein Auftrag! So wie man damals in der Kreisliga C im Fußball die einen Verteidiger eingewiesen hat. Du hast nur eine Aufgabe! Töten! Oh! Oh! Ich könnte doch Hase nicht einfach mit drei Ballons da neben draus kommen lassen. Oh doch! Oh doch, sagt er! Oh Mann! Hauling! 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 Richtig! Oh, nee! Oh, das sind meine Lieblings- Oh! Battle-Map, ey! Wie war das nochmal? Ich gar nicht! Brems! Oh! Oh, nein! Was ist das denn? Was ist das? Schon mal einen Stern weniger, ne? Oh, das war knapp! Oh! Oh! Ich tu was für meine Kreisfahrt! Boing! Oh, übel! Nein! Nee! Das war zu schnell, ey! Ich hätte noch erbrennen können! Nein! 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 Was war da los? Nein! Was? Zwei! Äh! Nja! 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 Ich glaube, wir machen aber erstmal nen Schnitt, oder? 11 Minuten, so doofsARCH! O dos cool. O dos cool! Vielen Dank.